Bundesinnenminister Hans-Peter Friedrich hat am Mittwochmorgen den Regionalverband Gremium Motorcycle Club Sachsen verboten. Hunderte Polizisten durchsuchten deshalb Wohnungen und Vereinshäuser in Sachsen und Brandenburg. Zu Gremium MC Sachsen gehören auch Mitglieder mit Wohnsitz in Brandenburg. In Cottbus wurden deshalb zwei Wohnungen durchsucht und mehrere Gegenstände beschlagnahmt. Zeitgleich verbote Brandenburgs Innenminister Dietmar Woidke das Hells Angels Chapter oder City in Frankfurt sowie deren Supportergruppe oder City Kurmark. Allein in Brandenburg waren bei der Durchsetzung der Verbote der beiden Rockerclubs 650 Beamte im Einsatz, darunter Kräfte der Bundespolizei und der GSG 9.